Die Energiekonzerne RWE und Vattenfall sollen für ihre Verluste aus dem Atomausstieg entschädigt werden. Eine entsprechende Regelung hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht und damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Die genaue Höhe der Entschädigung soll allerdings erst im Jahr 2023 festgelegt werden, wenn das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz ist.